so aber den kriegen wir uns jetzt gleich macht ja ich glaube wir können wir noch so links rüber ich glaube das ist das nächste okay durchs wasser ja ich glaube mal drum herum ich glaube für den wasserteufel gab es auch ganz gute erfahrungspunkte ja auch wenn ich was glaubt das bei mir in der solo runde war er hat mich fett angezündet und sagt mit zauern noch gar nicht so weglaufen ich bin gleich gut zum spritz zu geben weil ich hätte jetzt auch den mordplan nochmal platt gemacht und die sagt und die schon da oben möglich Jotis auch platt sehr schön hier drin gibt es auf jeden Fall so einen Verbandskasten den einen Wagen hier und Munition oh richtig gut jo auch gleich hier prima alles klar ja man hört das Geräusch und dann hier schon wieder und der jetzt hier schon wieder so ich löse das mal haben wir geschafft gibt es hier noch eine Kasse hier gibt es noch Gesundheit nochmal Munition Gegner nee das war ein Zombie direkt vor der Tür und eine Schwarmmutter oh alle tot so wo geht es denn lang oh wir haben es ja schon gefunden wir haben ja den Dicken können wir gleich platt machen ja den machen wir gleich platt weil das ist ja oh Schwarm Mama so irgendwie hier oben auf dem Balkon ja ich seh's tot oder? ja ich geh schon mal rein dann oh Gott mit diesen Waffen diesen Dicken Gang jetzt fertig zu machen das wird ja richtig lustig ja hier ist auch eine Kasse drin oh oh ich sprenne na komm löscht dich endlich mal wo ist denn der Dicke jetzt? ist unten ach so bei mir hier irgendwie aber bleib mal unten ich werfe mal eine Dynamitstange ja ja oh jetzt ist aber sauer auf mich ja oh Gott oh ich hab mich angezündet ich höre mich auch hier aber wenn er mich jetzt erwischt dann ist auch zappenduster ich komme mal da oben ey ja man muss mir eine Spritze geben Vorsicht, der kommt gleich immer Munition aufgenommen oh oh lass mich durch oh scheiße schlecht wo ist er? oh 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 jetzt hat er mich wieder angezündet ja Vorsicht, sonst zünde ich dich an ja danke du kannst rechts rausrennen ja jo ich hab ihn sehr gut oh sehr gut ich verbanne ihn gleich mal schön so alter endlich mal eine runde mit verbannungen das ist ja schon mal toll so ja wir mussten erstmal billig waffen kriegen damit das überhaupt geht ja genau alter hier ist der kopf ne der liegt hier rum ja auch geil so gibt es ja irgendeine falle ja hier ist ich hab eine gefunden ich packe ihn mal hier vor das tor hinten ja ich packe hier auch mal eine hin ne ja nicht nicht aufmachen zu machen oh nein das kommt so falle ist aufgestellt sehr hier ist noch munition falls du brauchst ich bin vorher ich hab zwei kästen geplündert gibt es noch mehr fallen das ist ja super ja ich setz mal noch eine hier hier direkt vor das fenster falls sie hier rein springen ja hier ist auch noch mal ein fenster gesundheit ist bereits voll das ist gut da habe ich eine falle hingestellt die sind mit ihrer verbannung auf jeden fall schneller als wir ja bei uns dauert es noch ein bisschen mal ein gängiges krass ich hatte immer hier hin mir ist auch aufgefallen und man kann auch ungünstig stehen was was das licht angeht und so ne das stimmt ja und wo eine dunkle ecke ich habe nämlich eben auch sie so irgendwie am licht gestanden das hat richtig geblendet und mal ganz beschissen gucken ich stelle noch mal eine eine falle vors fenster ja das ist gut jo ja das gute ist ja dass wir dann diese sicht bekommen und dann können wir ja gucken ob jemand draußen ist oder mhm weil der ausgang ist nicht so weit weg oh das ist gut ist im süden unten jo gleich haben was zum schluss geht die verbannung ja ganz gut oh ich höre nicht mehr mitstande oder ist das der verbannte der so zischt ich glaube der verbannte zischt ah oh ja jetzt kann man gleich hier jo trophäe habe ich aufgenommen du auch sehr gut jetzt müssen wir nur gucken soll ich mal einen blick werfen kannst du machen am besten daran wo wir rennen müssen so wie da ist der ausgang ne da scheint keiner zu sein hier auch nicht wir können hier raus hm mhm kommst du hm hm das sieht ganz gut aus ist keiner ja nicht stimmt ich habe auch nur drei ansichten sieht sehr gut aus ohne können wir ja gleich mega geil raus rennen mit zwei trophäen das ist ja schon geil das ist also der schlechter ist immer noch mein lieblingsgegner ja der ist irgendwie am einfachsten die spinne ist echt heftig ja diese moichle ist auch egal und wir können ja noch so ein ja sehr gut jawohl prima